Ich bin Ann-Kathrin Schmitz. Ich habe heute wieder einen tollen Gast. Ich bin die Iris, habe nebenberuflich ein Katzenfutterunternehmen gegründet. Eine richtige Instagram-Strategie gibt es noch nicht. Ich habe da dann jemanden gesucht, weil da bin ich halt komplett unbedarf. Das ist eine sehr, sehr vernünftige und kluge Investition. Und dann habe ich den Gegend einfach gebucht und konnte sie direkt loslegen. Du hast ja noch was anderes geplant. Erklärvideos, Etikett, Bio-Katzenfutter, das jetzt nicht unbedingt selbst erklärend ist, dass wir dann ein Video machen könnten, wo man das einmal so zusammenfasst. Der lässt sich sicherlich sehr, sehr vielfältig einsetzen, praktisch auch auf allen digitalen Kanälen spielen, die du so hast. Ich habe das jetzt bei Pfeiffer schon ein paar Mal gemacht, wie erwartet, ohne Probleme. Das war das Produkt, so wie ich es mir gewünscht habe, fix fertig. Das ist eine sehr moderne Arbeitsweise, sehr international. Das kenne ich jetzt nur von Pfeiffer.